Guten Morgen YouTube, kurz Updates im Stream und zwar muss ich das ganze eine Stunde vor verzögern, das heißt wir spielen schon ab 19 Uhr zusammen, ihr seht es dann wie gesagt in der Abo-Box, tut mir leid, das ganze, äh, ich hab nicht ganz so lange Zeit heute, deswegen muss ich die Stunde nach vorne ziehen, das war ein bisschen kurzfristig, tut mir sehr leid, wie gesagt, dann heute 19 Uhr, schön kleines Livestreamchen mit euch, ich hoffe ihr seid dabei.